Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 5, glaube ich, ist es mittlerweile, von Dracan Order of the Flame. Wir spielen wieder da weiter, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind durch die große Höhle geschritten und sind jetzt auf der anderen Seite von dem Gebirge, ganz im Norden von der Karte hier. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Da haben wir auf jeden Fall Pfeile. Da habe ich ihn dann mittlerweile. Kann ich nicht stapeln? Nee, das sind Magic Arrows sogar. Hui. Die machen nochmal mehr Schaden, glaube ich. 15 statt 10. Jawohl, das kann nicht verkehrt sein. Das werde ich auf jeden Fall später noch brauchen. Okay. Ja, wir haben hier schon bei Drachen getötet. Die liegen jetzt hier rum. Dann schauen wir mal, was jetzt hier weitergeht. Ohi, ist das ein Grafikfehler? Fährt sich auf einmal das ganze Wasser farbig. Ja, auch nicht schlecht. Das war eine schöne Farbe. Ja, lustig. Ich denke mal, das ist ein Grafikfehler. Ja, 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 ja. Komm schon. Bah. Ich glaube, der wollte nur einen Heiltrank. Kinderluft können wir auch kein Menü öffnen, den ich gerade feststellen muss. So, war hier nicht noch was? Nee, du warst hier. Eine Ruine. Eine Ruine? Da könnten eine Heiltrenge liegen. Nein, keine Heiltrenge. Blöde Ruine. Ähm, bin gerade verwirrt. Dahin muss ich. Komm ich von hier? Ja, von hier komme ich, genau. Okay. Also. Dem Fluss entlang. Ha, das gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein Grafikfehler? Okay. Nein, ich hör was, ich hör was, ich hör was. Da unten. Stirb, mein Freund, stirb. Wir müssen mal ein bisschen schauen, ob ich noch mehr Drachen komme, bevor ich irgendwo runtergehe. So, aber die haben doch bestimmt was getroppt. Ich werde sich in der Drache gehen. Viel Glück, denn. Danke. Aber die haben dann ja nichts getroppt. Und hier, in der Ruine, ist da auch nichts. Ja, ganz toll. Okay, jetzt schauen wir weiter. So. Was war denn jetzt eigentlich da drüben? Da war da noch eine Höhle mit einem Stein davor. Hätte ich da noch irgendwie reingekonnt. Komme ich hier später noch rein. Ach, da unten haben wir noch was. Zum Beispiel tote Gegner. Ja, ich glaube, hier geht es auch sonst gar nicht weiter. Ja, ich glaube, hier geht es auch sonst gar nicht weiter. Oder? Haben wir hier oben noch was? Nö. Denk nicht. Vielleicht übersehe ich auch wieder was. Können wir auch vorstellen, dass hier bestimmt noch irgendwo versteckt irgendwelche Gegenstände liegen. Wenn ich jetzt einfach übersehe. Ja, gut. Der hat sich überall rumzulaufen. Sieht mir aber sehr verschlossen aus, muss ich sagen. Das ist ein erfüllter Gegner gewesen. Ja, hier geht es definitiv nicht auf. Schauen wir mal. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwo einen weiteren Eingang. Hier nicht. Ja, dann suchen wir mal lustig. Was nehmen wir hier? Nix. Hier auch nix. Das sieht man so ein bisschen aus, als könnte man da drauf landen, aber... Dann ist ja nix. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach nur wieder blind und ihr habt es längst gesehen. Hier auch nix. Guck mal, hier noch wo lang? Nein. Also ich erinnere mich irgendwie, dass es noch einen zweiten Eingang gibt, aber das ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Vielleicht war das auch an irgendeiner anderen Stelle. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter und schau mal, was das Linz sagt. Hier fehlt ein Kurbel, oder? Ist das richtig? Ne. Ne, keine Kurbel, aber... Hier komme ich auch nicht schreien. Definitiv nicht. Ach. Dummes Fich. Guck mal, was die Karte spricht. Also, das eine Häuslein ist da so ein bisschen hervorgehoben. Vielleicht finde ich doch da was. Aber da war ich doch schon überall. Da war ich doch schon überall gewesen. Unter mir. Hier. Habe ich gerade was gehört? Das sitzt noch einer. Ne, wer ist Sachse? Hat schon seinen Grund, dass das hier so ein bisschen hervorgehoben ist. Rin, du reitest einen Drachen? Ich dachte, der Orden wäre bloß eine von Attimas albernen Geschichten. Das dachte ich auch. Was ist passiert? Die Warthogs haben uns überfallen. Wir haben versucht, sie abzuwehren, aber es waren zu viele. Die Überlebenden wurden als Sklavenarbeiter in die Minen gebracht. Als wir ankamen, war ich aber bereits zu schwach. Sie hielten mich für tot und haben mich zurückgelassen. Hast du meinen Bruder gesehen? Er ist doch noch ein Kind. Die Kinder waren... Sie waren weiter vorne. Vielleicht war er dabei, ich weiß es aber nicht. Ich muss ihn finden. Wie komme ich in diesen Minen? Durch den Haupteingang wirst du es nie schaffen. Es gibt aber einen anderen Weg. Mit den Drachen kommst du vielleicht hin. Hinter dem Wasserfall ist ein... Geheimgang. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst einen Weg finden, die Menschen zu retten. Oh, 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 oh. Hatte ich es so richtig in Erinnerung gehabt, ein Geheimgang. Bei einem Wasserfall. Wie klischeehaft. So. Richtige Richtung. Es ist auch der Geheimgang eingezeichnet worden. Ich denke mal, dass ich ihn vorher gar nicht sehen kann. Dass der jetzt erst auf der Karte auftaucht. Hier bin ich blind. Also, auf der Karte ist der... Der ist hier oben irgendwo. Vielleicht kann ich weiter ansteigen. Vielleicht kriegt man einen Drachen da weiter oben keine Luft. Das hat mich gehört. Wäre ja kein Geheimgang, wenn man ihn gleich sehen würde. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch ewig gesucht, bis ich den gesehen habe. Weil hier oben, schau mal, ich kann nur hier landen, oder? Ist das hier nichts? Das ist doch was zum Landen, oder? Hier ist nichts. Hier ist definitiv nichts. Nichts außer Stein. Nein. Und hier? Vielleicht irgendwie dagegen fliegen. Nein. Hier komme ich nicht höher. Hier ist auch nichts. Auch hinter den Steinen ist nichts. Und hier ist auch nichts. Ja, und hier das sieht... Ah, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Okay, gerade so, dass ich mit dem Drachen landen kann. So, wieder durchsacktisch. Oh, da ist doch was da drin. Ich glaube, da ist doch schon irgendwas kaputt gemacht. Das sieht mal nach einer Spinne aus. Oh, oh. Oh, oh. Angst. Spinne! Ich treffe sie halt wieder nicht. Aber immerhin sind sie mit dem Schwert mit einem Treffer tot. Das ist ja auch schon mal viel wert. Acht Heiltränke. Vier Lebenstränke. Ich glaube, Life... Genau, Potion of Life. Ich denke mal, die füllen meine Energie komplett auf. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich mich richtig erinnere. Ducken hilft. Hier ist nix. So, speichern. Ein Bohrer. Als wenn ich mich richtig erinnere, ja, das sind die Minen. Da gibt es viele leuchtende grüne Kristalle. Das fand ich ja damals so schön. Weil die Farbe einfach so genial ist. Es ist so richtig schönes Neongrün. Ah, da komme ich dann jetzt hin. Ich glaube, da waren dann auch so Arbeiter, die dann gehackt haben. Und die einem, glaube ich, erst gar nicht angegriffen haben. Wir werden es jetzt sehen. Ich neige wieder zum vielen Speichern. Spinnchen. Komm herunter, Spinnchen. Komm herunter. Na komm. Na, kommst du? Nein. Also wenn du nicht kommst, dann gehe ich weiter, ne? Ja, mein Gott. Dann halt nicht. Mach schön mit dir. Aber hier. Bumm. Der Krabbe, der ist. Okay, ich werde mich jetzt eigentlich immer ducken. Was ist das hier? Kann ich schon mal nicht kaputt machen. Ich denke, dass hier nochmal irgendwas rauskommt. So, und du hängst immer noch an der Decke? Ja, na gut, dann häng halt mal, ne? Bah! Hat ich mich gerade getroffen? Ne, du bist mir jetzt so dumm, echt. Dann bleib da, wo du bist. So, warte mal. Hier war ich. Hier nicht. Ja, links, rechts. Gucken wir mal. Hallo? Okay, ich gehe jetzt mal hierher. Denn hier scheint es nicht weiterzugehen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ganz toll. Was könnte man denn mal wegwerfen? Ich weiß halt nicht. Mein unkaputtbare Schwert. Ich möchte es halt irgendwie nicht weghauen, weil es halt einfach unzerstörbar ist. Die Axt. Ich schau erst mal, was das andere Schwert hier ist. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss hier etwas unräumen. Ein Großschwert. Macht 20 Schaden. Das ist auf jeden Fall besser als die Axt. Ich weiß nicht. Hau ich es weg? Hau ich es nicht weg? Das hat von meinem guten Atima war. Atima, ne? Ich hebe es mal auf. Ich meine, gut, ich habe es mit Waffen. Ich habe sogar drei Bögen. Langbogen. Noch ein Langbogen. Kommt, den haue ich weg. Den brauchen wir jetzt nicht. Dafür nehme ich jetzt die Axt mit. Das hält eigentlich meine Rüstung aus. Da habe ich auch Schlange keine mehr gefunden. So. Jetzt weiß ich wieder nicht, von wo ich gekommen bin. Vielleicht wird er von der anderen Richtung. Komm. Stirb. Hey. Nach dem ersten Schlag nicht tot. Ich höre doch noch was. Pfeile. Das sind doch wieder Magic Arrows, oder? Ne, immer normale. So von der Farbe her ein bisschen ausgesehen wie Magic Arrows. Links, rechts, links, rechts. Ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Fuck. Gott, du musstest mich natürlich wieder treffen, ne? Hier gibt es nichts. Ich höre noch eine Spinne irgendwo. Hallo. Hey, du bist kaputt. Ich dachte schon, du lebst noch. Power Kristall. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Einen Unsichtbarkeitsdrank. Ja, ich glaube, den werde ich später auch noch brauchen, weil später kommen viele starke Gegner. Das ist manchmal wirklich gut, wenn man sich da ein bisschen hereinschleichen kann. Dass wir dann auch Distanzangriffe machen können. Ach, nein. Ich wollte doch gar nicht... Rollen. Okay, hier war ich. Ja, ich habe jetzt viele Wege leider ausgelassen. Hier war ich definitiv schon. Ach, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, toll. Oder? Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, gut. Schön. Und jetzt? Also, hier ging es nicht weiter. Ich habe vielleicht doch keine Wege ausgelassen, als es hier im Kreis ging. Hier ging es auch nicht weiter. Dann muss ich wahrscheinlich hier nicht lang. Tü, 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 tü. Und dann bin ich hier wieder im Kreis gelaufen. Aber hier gab es noch einen Weg, ne? Ne, hier war ich ja auch. So, und da ums Eck ist die dumme Spinne. Immer noch. Okay, ich gehe vielleicht mal von der anderen Seite ran. Vielleicht sehe ich da ja noch irgendeinen Weg, den ich gerade übersehen habe. Ja, jetzt muss ich irgendwie in diese Richtung hier weitergehen. Aber hier ist definitiv nichts. 83 hält mein Schwert noch aus. Ich bin mir interessiert, wie ich das Haltbarkeit habe, wenn ich da dagegen haue. Ja, tut's. Scheiße, dann lasse ich das wohl mal lieber. Sonst ist das etwas Verschwendung, glaube ich. Ja, aber hier ging es jetzt auch nicht weiter. Hm. So groß ist die Höhle jetzt auch nicht. Dass ich hier umherirren muss. Oder ging es vorher noch in eine Richtung? Hätte ich vorher nochmal abbiegen können. Also hier ist definitiv nichts mehr. Hier war auch nichts. Hier nur Spinnen. So, okay. Ja, dann denke ich mal, war ich hier. Nicht falsch, aber hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ja, es deckt mich doch. Da war nur der Bohrer. Muss ich ins Wasser? Hier geht es doch auf jeden Fall weiter. Muss ich hier vielleicht reinspringen, aber dann komme ich auch nirgends hin, glaube ich. Ich springe jetzt mal aus Spaß hier rein. Schönen wir, wo ich da hinkomme. Tot. Okay. Na gut. Ich muss hier nach rechts runter. So, orientiere ich mich mal in die Richtung. Das ist ja eigentlich hier runter, aber hier geht es nicht lang. Wahrscheinlich geht es irgendwann an der Stelle hoch oder runter. Und ich erkenne es nicht, weil dann einfach eine Wand zu sehen ist. In dem Moment. Da ist nichts. Hier geht es auch nicht irgendwo noch lang. Ja, ich komme mir gerade mal wieder blöd vor. Entschuldigt, wenn ich hier mal wieder die ganze Zeit im Kreis laufe. Aber ist ja... Vielleicht muss ich da irgendwo reinschlagen und irgendwas kaputt machen. Das führt zu gar nichts. Nee. Hier ist nix. Da geht es nicht weiter. Wahrscheinlich ist es was total offensichtliches. Und ich stelle mich nochmal wieder total blöd an. Wäre ja nix Neues bei mir. Nee, hier geht es nicht weiter. Ja, bin ich deppert? Wartet mal. Ich bin von hier gekommen. Ja, hier geht es doch weiter. Hier ist eine neue Spinne. Nee, ich bin ganz blöd. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Das ist die dumme Spinne hier wieder. Wenn ich die vielleicht töte, passiert dann irgendwas, wenn ich die getötet habe? Ach, jetzt kommst du mal runter. Ja, da passiert nix. Das hätte das sein können, ich muss alle Spinnen töten. Und dann kommt irgendwie die böse Spinnen-Mama heraus. Ist das wie... Boah, das Gegner gibt es hier glaube ich gar nicht in dem Spiel. Nee, entschuldigt mich echt, wenn ich hier es gerade rumhöre wie ein blöder. Hier ist ja nix. Hier ist auch nix. Am Leuchten ist eigentlich hier überall grün. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ach, der Bogen von vorhin, okay. Der Bogen, den ich abfallen lassen. Hm. Was habe ich denn aufgehoben eigentlich? Power Crystal. Das ist die Äquivalenz im Feuerkristall wahrscheinlich, ja. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert. Hier ist dann ein Feuerring um mich herum. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Weil hier, nee. Also, entweder ich bin echt ganz dumm. Und per se da was. Oder keine Ahnung. Warte. Ach, musste man den Powerkristall nicht in den Bohrer tun? Und dann fährt der Bohrer los, bohrt sich hier durch. Das würde doch Sinn machen, oder? Schaut mal hier. Na gut, okay. Dann habe ich doch nix mehr sehen. Ja gut, vorher soll ich auch wissen, dass der Powerkristall nicht gleich zu setzen ist mit dem Feuerkristall. Hätte ja sein können. Na gut. Okay. Problem gelöst. Speichern. Ah, leuchtenkristall. Ich finde sie so schön. Dich finde ich aber weniger schön. Jetzt weiß ich euch. Hier kommt gleich zu zweit. Ja, ja. Gleich mal sterben, ha? Gleich mal sterben wahrscheinlich, ja. Ja, komm, 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 komm. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Du triffst mich. Boah. Jetzt droppt doch mal was, Mensch. Geh da nicht mal kaputt. Da war doch noch was. Ach, das sieht immer so aus, als nächstes das Blaues fallen. Dann denke ich immer, das ist so ein großer Heiltrank. Ich probiere mal so ein Heiltrank aus. Ja, da füllt wirklich das komplette Leben auf. Wenn die Energie so niedrig ist, dann kann das auch nichts schaden. Ja, ja, reiß deinen Mund nicht so auf. Aua. Aua. Schlägt er mich noch? Das macht mir komischerweise mehr Schaden, dass ich mich mit der Axt trifft. Soll ich auch mal sterben oder so? Okay, ich lade nochmal. Jetzt hat mir jetzt meine komplette Lebensanzeige runtergerissen. Nee, sorry, aber... Meine komplette Lebensleiste hat er mir runtergerissen. Der Pia. Hallo, hallo. Der trifft mich, wenn er mich gar nicht treffen kann. Und umgekehrt. Na gut. Jetzt lasst du die ganze Leben zurück. Was ist das? Das gibt's ja nicht. Ach, die Steine. Es leuchtet so schön. Oh, ich liebe es. Was ist denn hier so laut? Okay, ich speichere es einfach nochmal. App. Hier ist nix. Ah, Drachi. Komm mal her. Ich werde hier warten, was? Warum hast du ihn so lange gebraucht? Das ist doch so. Ja, genau, 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 genau. Ah, hier kriege ich jetzt, glaube ich, mein erstes Element. Aha. Sind jetzt diese Steine auch, die in der Höhle sein sollen? Von denen wird diese Fähigkeit jetzt bekommen. Tada. Jawohl, ja. Okay, cool. Ich habe das wahrscheinlich von diesen Drachen bekommen. Keine Ahnung. Hab ich gerade getroffen worden? Nee. Ich habe schon wieder Hallos. Okay, jetzt habe ich die neue Fähigkeit hier. Zusätzlich zum Feuerspein. Kann ich jetzt auch... Ah, ich glaube, das ist Gift. Oder irgendwie so. Oh, ja, ja. Ich habe mir jetzt selber Schaden zugefügt. Deshalb. Ich favorisiere aber eigentlich immer das Feuer. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich glaube, die verbrauchen auch unterschiedlich viel Energie denn nächstes Mal. So. Niemand hier? Sicher. Okay. Schauen wir mal, können wir das hier runterlassen? Nein, können wir nicht. Natürlich nicht. Das soll halt auch ein Schalter sein. Okay, jetzt laden wir mal das Level. So, jetzt haben wir schon hier auch eine neue Karte. Oh je, oh je, oh je. Wow, wow, wow. Was schreit hier? Okay. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt im neuen Level sind, machen wir hier nochmal einen Cut. Und dann geht es an dieser Stelle weiter im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.